Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, dann mal runter hier. Gucken, was Darius uns zu sagen hat. Okay. Demokrates ist tot. Für das, was sie getan haben, verdienen sie den Tod, Darius. Jeder einzelne. Kasenla. Sie stehen zwischen Elpidios und mir. So, und nun? Kehre zu Darius zurück. Hä? Die Falle ist gestellt. Ich schätze mal, dass die Quest sich automatisch... Ja. Hat, okay. Hui. Ja. Okidoki. Welche Waffe habe ich? Ne, die will ich. Ja, na, dafür hole ich mir noch neue Waffen auf jeden Fall. Logisch. Darius. Ah, wo ist es da? Ab in die Bäume. Ins Grüne. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht und wie wir mit den Orden weiterverfahren, weil der Orden und der Kult, gut, die arbeiten ja zusammen. Und Darius, das ist also eine wichtige Person gewesen, wegen seiner Kohle. Und ja, jetzt haben wir ihn eigentlich zerschlagen. Na ja, gucken wir mal. Aber dass sie hier keinen Schmied haben, das wundert mich. Ja. Das wundert mich wirklich. Oh, ja gut, hier muss ja ein Schmied sein. Also ich bin nicht mehr noch von den Socken, da das hier keinen Schmied gibt. So, wo ist er? Da oben drin. Wie komme ich denn da jetzt rein? Okay. Nee. Ah. Okay, dann gehen wir da hoch. Halt. Komm her. Da rehe es Notizen über den Kult. Der Kult des Kosmos agiert in Messain, und zwar als Verbündeter des Ordens. Bei Amorges Einfluss in die griechischen Welt war das zu erwarten. Natakas war immer bestürzt über die Existenz einer weiteren Verschwörung so weit von zu Hause entfernt. Doch ich war nicht überrascht. Unabhängig von der Religion oder Heimat wird es immer jene geben, die die Welt beherrschen wollen. Es wird immer Tyrannen geben. Ja, das stimmt. Ähm, David? Nee. Wir haben den Orden geschwächt. Was nun? Nun beginnen wir mit dem nächsten Schritt des Plans. Okay. Und das heißt? Wir kümmern uns zum Schutz der Nacht um den Orden. Ich muss mit dem Athener Feldherrn sprechen. Ich gehe zum Holzfällerlager zurück, um unsere nächsten Schritte vorzubereiten. Okay. Was machst du denn hier, Kind? Ich habe eine Nachricht für dich, Adlerfrau. Ein Mann mit einer Maske hat sie mir gegeben. Oha. Nicht gut. Ein Mann mit Maske? Der Orden. Ja, das frage ich mich jetzt auch. Geheimnisvoller Brief. Adlerfrau, Verdorbenel. Du hast dir deinen Weg durch Messiaen freigekämpft. Das ist nicht unbemerkt geblieben. Bald wird es soweit sein, dass wir die Klingen kreuzen. Bevor es soweit ist, möchte ich offen reden. Es gibt so viel, was ich über die Person hinter der Legende der Adlerfrau erfahren möchte. Ich vermute, dass du auch viel über mich erfahren willst. Kann ich dich zu einem respektvollen Austausch verleiten für die Nachwelt und um einen alten Mann bei Laune zu halten? Triff mich bei den Gräbern von Alperia. Der Bote. Hm. Okay. Das heißt, in diese Richtung. Haben wir wirklich keinen Schmied hier auf die Schnelle? Ich bräuchte einen. Hm. Wirklich nicht. Warte mal. Gehen wir mal eben kurz da hin. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja. Nein. Mensch. Scheiße. So. Weg hier. Ja, ja. Nächste Woche. Das sag ich dir. Okay. 285 Meter. Ja. Ich muss jetzt einen Umweg machen. Besser ist das. So. Okay. Was geht denn jetzt hier ab? Ich muss hier dringend raus. Halleluja, ey. Ich bin ja hier. Ohne Ende werde ich hier gesucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was der von mir will. Wahrscheinlich bin ich denn doch zu gefährlich geworden. Besser gesagt Kassandra. Ja. Und. Oder das ist doch. Na ja. Das ist eine Falle. Logisch. Absolut logisch. Klar, weil sie mich anders nicht halten können. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. So. Trifft den Verfasser. Ja. Adlerfrau. Sei gegrüßt. Du hast meine Nachricht bekommen. Es überrascht mich, dass ich noch lebe. Das könnte sich ändern. Mhm. Voreilig. Kein Grund voreilig zu sein, Adlerfrau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gergis. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Mhm. Ich wollte dich gerne treffen, Kassandra. Darf ich dich so nennen? Nein. Weißt du, was eigentlich ist mir dann egal? Nee. Nur meine Freunde nennen mich Kassandra. Genau. Vielleicht werden wir noch Freunde. Wer war's das schon? Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorgis? Und wo ist mein Sohn? Ich habe die Antworten, die du suchst, Kassandra. Ich weiß, was ihr nachher geschah in dem Dorf namens Dieme. Dieme? Was weißt du? Sag es mir! Ich war dort. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Deine Realität wird durch deine Wahrnehmung begrenzt. Reite mit mir. Ich wollte dich schon lange mit dir austauschen. Ich zeige dir, wie schön unsere Welt sein kann. Sollen wir? Eine falsche Bewegung. Ich verstehe. Ja. Der kleinste Zweifel kann das größte Selbstbewusstsein zerstören. Und wir alle zweifeln. Die besten Siege waren jene, die ohne Kampf errungen wurden. Und Georgis Gabe war es, durch Überzeugung zu gewinnen. Er konnte Leute dazu bringen, gegen ihren eigenen Interessen zu handeln und es für ihre eigene Idee zu halten. Amoris erkannte seinen Talent und brachte ihn als Persiens respektiertesten Diplomaten in den Orden. Nachdem er jahrelang zu sehen musste, wie sich sein geliebtes Land im Wirrgegriff der gedankenlosen Politik befand, war es ein leichtes, Gergis zu überzeugen. Was hat der denn da für ein Ding in? Ein Stab, okay. Ein Prozent Gesundheit wiederhergestellt durch Kopfschüsse, okay. Ja, Moment. Sekunde. Hier haben wir was. So. Und dann werden wir den auch direkt enthüllen. Erzählen. Die Demokratie hat die griechische Welt träge und schwach werden lassen. Charismatische Narren lenken den Mob mit goldenen Heilversprechen und zogen die Menge in ihrem Bann. Wie dumm das Anliegen auch immer gewesen sein mag. August wehrte sich dagegen und schlug aus dem Schatten heraus zu. Dann fand sie den Orden. Nun vielmehr fand der Orden sie ein göttliche Übereinkunft von Zielen. Hm. Okay. Erla. Wohin bringst du mich? An einen hübschen Ort? Ich will mehr über dich erfahren. Ich verfolge deine Reise schon, seit sie begann. Tatsächlich habe ich einiges über dich geschrieben. Einige meiner beliebtesten Werke handeln von der Adlerfrau. Adlerfrau. Außerdem hörte ich natürlich von dir, von unseren Freunden. Vom Kult? Ich hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Dann verbündet er, wenn mir das lieber ist. Hm. Das ist doch hundertprozentig eine Falle, ey. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Gleich habe ich hier 20 Leute und sterbe. Moment. Sekunde, Freunde. Das sei erlaubt. Ja. Ja, ho, ho. Bis Weihnachten. Ich habe viele Geschichten geschrieben, die du in der ganzen griechischen Welt finden kannst. Ich verbreite die Kunde unserer Heldentaten. Heldentaten? So nennst du den Mord an Unschuldigen und das Niederbrennen ganzer Dörfer? Eine eingeschränkte Sicht. Der Orden sieht das große Ganze. Wir streben nicht nach flüchtigem Frieden. Unsere Arbeit ist ewig. Malakka. Hm. Du kannst mich nicht überzeugen, egal was der sagt. Außer, als sei der sagt, ich kriege mein Kind, töte den Vater, äh, den Opa. Nie und nimmer. Okay. Sieh dich um. So viel Potenzial. Du wirst dich fragen, warum wir dich jagen. Die Toten haben es mir verraten. Du bist eine Naturgewalt, Kassandra. Hast du bemerkt, dass die Gefahr von dir angezogen wird? Geier von der Zeit. Wir können dir einfach nicht erlauben, zu existieren. Ihr würdet jemanden wegen seines Blutes töten? Ihr widert mich an. Wir sind nicht der Feind. Hast du dich mal selbst betrachtet? In unseren Augen bist du die Manifestation des Aufruhrs. Du stimmst in Frieden. Urteile nicht so schnell, Kassandra. Es gibt viele Perspektiven. Ich sag doch, das ist eine Falle. Da rechts ist ein Spatiatenlager. Wo ist denn der? Ja, da. Ja, im Dunkeln. Kann ich für euch. Muss das doch noch dunkler sein. Gedenkstätte der Unsterblichen. Ach ja, die habe ich ja zu Hades geschickt. Wie sie immer so schön sagt. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Komm zur Sache. Ich weiß, was in Dieme passiert ist. Wie Natakas Stab. Bist du stark genug, die Wahrheit zu hören? Ich will alles wissen. Mhm. Pass mal auf. Der Natakas ist auch ein Mitglied vom Orden oder so. Vom Kult. Was möglich ist. Wir sahen an diesem Tag niemanden am Strand. Aber das ist doch Natakas. Kein Kind. Sie waren entkommen. Zumindest dachten wir das, bis wir ein Wimmern hörten. Es kam aus einem Schiffswrack an der Küste. Es war das leise, aber unverwechselbare Wimmern eines Kindes. Elpedius. Es gab kein Entkommen. Natakas versuchte, sich zu wehren, doch er hatte keine Chance. Das Kind war alles, was blieb. Boah. Du Arsch hast er den angehabt. Und einfach den Vater abgeschlachtet. Keine Chance. Der hat sich hingekniet. Hier, Wichser. Ich glaub nicht da dran. Nein. Das ist doch... Ich finde Amorges. Sicher erwartet er, dass du es versuchst. Ich versuche. Was willst du von mir? Unsere Geschichten werden von einigen wenigen geschrieben, die die Macht haben, sie zu formen. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich mit jemandem wie dir sprechen kann. Nichts ist absolut, Cassandra. Nicht einmal die Verdorbenen. Du bist Feuer. Du hast das Potenzial zu zerstören, aber auch zu wärmen. Und Licht ins Dunkel zu bringen. Diese Wärme wolltet ihr vernichten. Haben. Menschen sterben, Cassandra. Irgendwann werden wir alle vergessen. Wir verblassen wie ein ferner Traum. An unsere Taten allerdings, wenn sie Bedeutung hatten, wird man sich erinnern. Sag mir, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Ich wusste es. Ich bin mal gespannt jetzt. Man soll sich an mich erinnern, als eine, die vor keinem Kampf zurückschreckte. Auch wenn die Lage aussichtslos schien. Erhellend. Welch wunderbarer Einblick. Danke. Und nun müssen wir uns trennen. Die Frage ist, lässt du mich mit dem Leben davon kommen? Letztes Mal habe ich da auch einen Fehler gemacht. Aber was will der? Wollte der was? Was? Ja, dann... Wollen wir mal gucken, Kamerad-Schnürschuh. Nein. Eigentlich keine Chance, den weiter leben zu lassen. Ah ja, da glaubst du und ich nicht. Und das war's. Jo. Nie und immer wirklich euch leben lassen. Egal, ob die Entscheidung jetzt falsch war oder nicht. Ja, ich bestätige seinen Tod. Geht überhaupt nicht. Genau. Ja. So. Jetzt müssen wir mal wieder... Ach so, war schon auf Dingens gestellt. Okay. So. Ihn haben wir, ihn haben wir, ihn haben wir, ihn haben wir gerade getötet, ne? Ja. Oder? So, und du? Dich haben wir noch nicht. Und dich haben wir auch noch nicht. Gut. Inventar. Taucht das Ding an was? Weil ich würde schon ganz gerne, ähm, einen vernünftigen Stab haben. Ja. Ah. Ist auch einer. Kopfschuss. Äh, das ist... Ne. Klar, macht der richtig gut Schaden. Na, ich wummert's halt, aber... Ne, jetzt noch nicht. Ah, trifft da Reos. Der letzte Magier. Ja, logisch. Ist mir so fucking egal, ey. Ne, reine Wut. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Äh, komm. Trifft da Reos. Rauch und Wut. Ja. Auf jeden Fall. Kommt da. Moment. Kann ich da hinreisen eben schnell? Ne, da kann ich nicht... Doch, hier könnte ich eben hin. Was ist denn das hier? Respektzäulen. Weißt du, was? Wir machen das so. Und dann gucke ich mal, was mit dem Respektzäulen ist. Ja. Schauen wir mal. Weil da muss ja irgendwas sein. Das gehört ja mit hier zum DLC. Hm. Das ist bestimmt eine Riesenfestung. Kann ja nicht anders sein. so groß, wie das da unten war. Hm. Darius. Oder gehört da eine... Quest zu. Gucken wir mal. Respektzäulen. Ist da irgendwas? Rache und Wut. Oh, Entschuldigung. Ah, mein Ohr. So. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gucken wir mal in die Richtung. Ja. Oh ja, das ist eine Riesenfestung. Shitter. Ne, dann machen wir das erst so. Genau. Ja, ich kann mich auch mal umentscheiden. So, komm. Ja. Eureka. Ja, wer weiß, ob wir nicht hier unterwegs noch was finden. Irgendwelche Spritzer hier vom Kult oder so. Ja, eigentlich würden die angezeigt werden, aber... Ich habe auch schon welche erwischt, die zufällig da waren. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mich unsichtbar. Was? Okay. Das ist mir jetzt auch wurscht. Äh. Ne, also... Aber ich muss sagen, die Leute, die hier sich das ausgedacht haben, die ganzen Geschichten, die Hintergründe... Also, es ist ja... Ja, unheimliche Fantasie muss man haben. Wahrscheinlich sind das auch durch geschichtliche Sachen gemacht. Klar, logisch, dann wird abgeändert. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Brutalität oder irgendwas mit dem Kult garantiert früher auch so passiert ist. Ja, weil die Leute, die haben ja mit den Göttern und alles Mögliche angebetet. Und wehe, du warst nicht dafür. Dann warst du letzter. Ja, da muss... Was weiß ich. Im Witcher haben wir das ja schon erlebt. Auf dem Scheiterhaufen, die Hexen und und und. Da brauchst du es hier nur sagen. Äh, sie ist eine Hexe oder er ist ein... Was weiß ich. Eine Szene. Okay. Wisse. Wenn ich jetzt erst wieder gestartet hätte hier, dann hätten wir das gar nicht mitgekriegt. Ja. So, und er ist wieder da oben. Ach, jetzt hör doch mal auf. Sag mal. Ich lege mich doch. Ah. Okay. Ah, da ist der Feldherr und... Danke. Was? Danke. Nee. Da. So sieht man sich wieder, Adlerfrau. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen zu fliehen und am morges Wachen von der Mine weglocken. Aha. Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei Unschuldige leben, soweit es geht verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Ja, das ist ja geil. Ihr sagt ja, er fällt ja, er hat ja gesagt, einen mächtigen Verbündeten. Was ist passiert? Oh. Natakas starb, weil er Elpidios beschützte. Ein Ordensmitglied wollte mich treffen. Er war da, Darius. Sie hatten Natakas im Schiffswrack gefunden. Er versuchte, gegen sie zu kämpfen. Ja. Also, und der Reus, komm. Ihr beiden Herben... Was gefällt denn Natakas? Ich hatte keine Gelegenheit. Ich hatte es ganz vergessen. Hm. Was denn? Er nickt nur... Wir haben Zeit zu trauern, wenn das vorbei ist. Ja. Immerhin wissen wir jetzt, dass Elpidios lebt. Holen wir ihn zurück. Auf jeden Fall. Ja. Denn man taut, ne? Wunderbar. So, jetzt geht es euch richtig an den Kragen, nämlich mal nicht. Nehmen wir mal an. Wenn Herr Amorges hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was Sie haben. Hm. Jawohl. Zeit anzugreifen. Es könnte uns... ...alles kosten. Das ist mir egal. Ja. Ich kenne den Preis. Hm. Los geht's. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Freunde der Südsee. Jetzt geht's euch richtig an den Kragen. Aber da wechselt sich nochmal... Verschwindet hier! Hm. Was zum... Ja. So, ihm geht der... ...zapfen. Na dann. Suchen wir den Jungen. Auf jeden Fall. Auf geht's. Ja, jetzt werde ich mal eine Feuerkluft an... ...ähm... ...anziehen. Ja. Weil die macht dann noch mehr Schaden. So. So sieht das aus. Okidoki. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso. Okay. Du wirst... ...gar nichts machen, du Trottel. So. Nächste. Wahrscheinlich. Ich laufe an dir vorbei, du Trottel. Mach hinne. So. Das glaubst du und ich nicht. Oh. Halt. Aua. Ah, ah. So, Freunde, die Nacht. Ja, die Krieger muss ich weghauen. Alle weg hier. Wo ist der andere Vollfrosten? Boah, hier siehst du kaum was. Hm, und wie zwecklos das ist. Ja, ja. Meine Fresse, diese, diese drei Stück. Kann ich mir nicht erlauben. Oh, 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 oh. Sprich mit Diaryos. Na dann. Ja, du hast gar nichts, du Trottel. Oh, leck Arsch. Okay, ja, den Helm habe ich jetzt auf. So, also ich muss da dringend hin zu Darius. Ja, gucken, was er da zu sagen hat. Im Grunde genommen bin ich jetzt mal gespannt, was noch so anliegt jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Ich, weißt du, überall kann's rauf. Mach halt die Backen. Der Schakal, ja, der kann Schakalen. Hä? Nein, bin ich nicht. Du solltest mich gerade töten. Okay, Darius. Los. Na. Was macht er denn da? Bittet er um Gnade, oder wird? Das ist wohl ein bisschen zu spät dafür. Um Gnade zu beten. Bitten, beten. Tatsache. Ist, was, ist, der ist... Ah, die Spartaner. Was war das denn jetzt? Okay. Wo ist Amorges? Die Minen, aber ihr werdet nie durch seine Verteidigung kommen. Wieso nicht? Nichts ist uneinnehmbar. Wir finden einen Weg hinein. Ihr seid verrückt. Alle beide. Du wirst Amorges sagen, dass die Adlerfrau, die Wahrerin der griechischen Welt, hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, ich komme. Seinetwegen. Wegen Elpidios. Und ich klopfe nicht an. Genau. So sieht er aus. Ja, seht zu, dass er wegkommt. Na, prima. Ein Athena? Jo, dann. Werde ich mal im... Wo ist er denn? Ich muss zu den Minen. Ja. Und auf dem Weg schaute ich so viel wie möglich aus. Ja, gucken wir mal. So. Irgendwo muss ich rein. Ich muss erstmal hier. Ich muss erstmal hier. Hallo? Keiner da? Äh. Okay, hier unten kann ich rein. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, ja, das ist schon richtig, aber... Wie komme ich? Verstehe ich nicht. Dass hier keiner ist. Aber das wird wohl... Ja, wenn wir schon mal hier sind, warum soll ich das nicht alles hier mitnehmen? Aber hier sind zwei Schätze. Moment. Okay, da ist der eine Schatz. Befehlshaber. Da. Ah, nee. Hallo? Okay. Nein, komm runter. So, dann nehmen wir den hier auch. Ja, nehmen wir ja wohl hier noch hinkriegen, ne? Den Klappspaten. Und tschüss. Ja, ja, immer mit der Ruhe, Kumpel. Und zack. Jawohl. Der erste ist weg. Aber der andere ist da oben. Den kann ich ja wohl auch noch hinkriegen, ne? Ja. Ja, klasse. Sag mal, was macht die da? Sag mal, was soll das? Hm. Oh, hat sie erledigt. Na, ist es nicht prickelnd. So, wo ist denn der andere Schatz hier? Hier waren noch zwei. Ach, da oben. Oberhalb. Da muss ich hin. Gut. Dann machen wir das mal eben. Da nehmen wir den Schatz eben mit. Dann haben wir das auch geklärt. Und jetzt können wir da unten rein. Ja, da bräuchte ich aber mal meinen attentatmäßigen. Ja. Habe ich das Schwert? Womit ich vier ausschalten kann? Es tut mir leid, wirklich. Ich muss jetzt so viel bedenken hier. Ne, das habe ich nicht. Hier habe ich das. Damit kann ich so viel ausschalten, wie nur eben geht. Ja, machen wir das so. Okay. Ja, logisch, ist der hier irgendwo. Aber ich muss ja erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Nein, hier ist nix. Okay. Sag mal, hältst du mal die Fresse? Hinter dir aber. Kannst du mal die Schnauze halten? Ja, ja, zu still. Das ist es ja eben. Oh, oh. Das ist viel zu still. Okay. Okay. Kann ich an die große Trommelung? Komm raus, Amorgus! Dein Schicksal erwartet dich! Okay. Der Bogen. Gut. Ah, das ist die Falle. Bin mal gespannt, was das für ein Bogen ist hier. Aha. Wer bist du denn? Oh, äh? Gut. Und nun? Aha. Sie ist genau so, wie Gerges sie in seinen Einträgen beschrieben hat. Feurig. Aha. Okay. Oh, Gerges. Er war der Beste von uns. Ja, und jetzt? Du warst seine Lieblingsfigur, Adlerfrau. Und doch hast du ihn ermordet. Oh, lass mich die doch mal eben killen hier. Gerges war ein Mitglied des Ordens. Ihr alle verdient, was euch bevorsteht. Mhm. Pass mal auf, jetzt. Wir haben nicht vor, beiseite zu treten. Na dann ist ja gut. Kräte dich nicht zwischen mich und meinen Sohnen. Boah. Mhm. Boah. Wir werden noch mit unserem letzten Atemzug für Persien kämpfen. Die Leben, die zerstörten Städte, das alles dient Amorgus' Friedensvision. Sein großer Plan. Mhm. Jedes Mittel ist erlaubt. Okay. Okay. So, der erste ist Geschichte. Wo sind die? Kannst du da mal draufhauen? So, wo ist der andere? Nein, das mach ich auch nett hier. Jetzt wirbel ich mal richtig einfach in den Bad. Da hast du ja auch noch einen. Es ist im Tempel. Ich komme, Pidi. Ich finde dich. Ja. Ein Neuempfang. Ataxerxes hat über Jahrzehnte Frieden und Wohlstand gebracht, aber Persien braucht mehr. Anders als seine Vorgänger hat sich Ataxerxes weder von versprochenem Ruhm noch eine Dynastie noch von Drohungen und Erpressung beeinflussen lassen. Der Orden musste ihn entthronen. Wir ließen ihn in der Annahme, dass Atrabanos hinter den Attentat steckte. Ataxerxes hat überlebt, aber das ist egal, denn der König ist vergänglich. Aha. Okay. Achso, hier ist noch was. Guck mal. Chroniken der Ältesten. Ein Chronik des Ordens der Ältesten im Laufe der Jahrhunderte. Aufbewahrt von Boten und seinen Schreibern. Der Orden wurde vor vielen Generationen im fernen Ägypten gegründet und bereitet sich dann noch sich dann nach Persien und darüber hinaus aus. Leider ist ein großer Teil des Dokuments schiffre und unlesebar. Die gesamte Ausbreitung des Ordens bleibt daher ein Rätsel, aber es ist klar, dass Amorgus und seine Handlanger nur ein Teil einer viel größeren Verschwörung sind, die die ganze Welt bedroht. Halleluja. Also ich bin froh, dass ich überhaupt so lesen kann. Normalerweise ist das gar nicht so und dann fange ich an zu... Amorgus! Heute wirst du bluten! Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, Jetscan. Machen wir ja auch. Auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist nix. Ja, mal locht ihr mal schön, ihr Deppen. Ihr könnt eigentlich... Sag mal, wie groß ist denn die hier? Wow. Das kann doch eigentlich alles sein, oder? Okay. Boah. Ja, eine Mine. Die schuften sich hier doof. Alter Schwede. Aber ich kann ja jetzt sich hier durch die Gegend rennen. Sag mal, wie groß ist denn die? Ich fahre mit und bitte. Oder renne ich jetzt einmal im Kreis? Könnte natürlich sein. Das sieht fast dann auch aus, ja. Aha. Jo. So sieht das aus. Gut. Na dann, wir wollen mal nach oben gehen. Erstmal da hoch. Ja, komm schon. Ja, Freunde, also, das ist keine Böswilligkeit, aber es ist schon wieder, die Folge ist schon wieder mega lang und ja, hier mache ich einen Cut. Lass einen Daumen nach oben da und das würde mich riesig freuen und erzählt mir wie ihr das findet, wie ich spiele und und und. Vielleicht nicht für jeden, aber ich würde sagen, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye. 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 Vielen Dank.